Hallo und herzlich willkommen zur Song-Andacht. Ich bin Pfarrer Ralf Gröger von der Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim. Das Lied, das ihr gerade gehört habt, Mather von Pink Floyd, stammt aus dem Jahr 1979 und ist in seinem Inhalt erstaunlich aktuell. Mather ist ein Lied aus dem Album The Wall von Pink Floyd. Da geht es darum, dass der Protagonist Pink eine Mauer baut, um sich vor all diesen emotionalen Einflüssen, die um ihn herum auf ihn einprasseln, zu schützen. In diesem Lied beschreibt Pink seine Mutter und er sagt, die ist eigentlich verantwortlich dafür, dass ich die Mauer baue. Denn die, nach dem Tod des Vaters, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, wollte mich vor allem beschützen und ich durfte sie nie verlassen. Auch als ich erwachsen war, auch als ich mich verliebt habe, hat es meine Mutter als Bedrohung empfunden. Ja, solche Mütter gibt es. Helikopter-Mütter oder Helikopter-Eltern nennt man sie. Neulich habe ich gehört, dass man von Handgranaten-Müttern spricht. Damit ist gemeint, dass Mütter, wenn sie das Gefühl haben, dass ihrem Kind etwas Schlechtes, Schlimmes, Negatives geschieht, dass die einfach explodieren, dass die in die Luft gehen und alles zerstören, was um sie herum ist, wie eine Handgranate. 1979, da habe ich dieses Lied als 16-Jähriger aus der Blickweise von Pink gehört. Heute höre ich dieses Lied aus der Sichtweise eines Vaters, so ähnlich wie die Mutter eben. Und ich kann beide verstehen. Ich kann das Kind verstehen, das aufbrechen will, das Unabhängigkeit anstrebt, dem man etwas zutrauen soll. Und ich kann den Elternteil verstehen, der behütet, der ummanteln, beschützen will, am besten das Kind unter eine Glasglocke stellen will. Beides halte ich für ziemlich krasse Geschichten. Ein Kind vor allem behüten zu wollen, ist genauso Kappes und Blödsinn wie das Gegenteil. Es einfach laufen zu lassen nach dem Motto, du musst halt selbst wissen, was du machst. Viel Spaß in der Welt. Eine Balance wäre gut. Eine Balance zwischen Hüten, Behüten und den eigenen Erfahrungen, die jeder Mensch machen darf. Gott macht das übrigens so. Der hat uns in die Welt geschickt, aber der lenkt uns nicht als Marionetten. Freiheit haben wir, Freiheit wollen wir. Manchmal gebrauchen wir sie und genießen sie, manchmal missbrauchen wir sie und schaden damit anderen oder auch uns selbst. Aber es kann nicht sein, dass wir so wie die Mutter in dem Lied die Konsequenz daraus ziehen, Unfreiheit ist besser. Lass uns also die Balance halten zwischen der Mutter, die Mauern baut so sehr, dass ich sie selbst irgendwann baue und zwischen dem Menschen, dem ich eigentlich egal bin und der sich gar nicht mehr um mich kümmert. Vielleicht mache ich es wie Gott und denke daran, er hält seine Hände unter mich und über mich und da ist Raum, den ich füllen kann. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Was wir heute gemacht haben, sind Videos aufzunehmen für Musikandachten, für Gedanken zu Pop-Songs. Und wir freuen uns total, dass Pfarrer Kröger beschlossen hat, das mit uns zu machen und dass wir hier sein durften und an meiner Seite heute, Gott sei Dank, gesund und aufrechtsitzend am Piano und am Gesang, Patrick Embach. Hallo, vielen Dank. Und Bollwerk gibt es nicht ohne sie, für euch am Gesang Barbara Boll. Vielen Dank und wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit uns und freut euch auf eine zweite Staffel, dann zu dritt. Dankeschön. Bis dann. Bleibt gesund. Und wir spielen jetzt mal Hurtig die Mutter hier. Ganz arg missverstandenes Stück, Lied gut. Man denkt, oh wie schön, da singt einer ein Lied für seine Mama. Nee, er klagt sie an. Er gibt ihr Schuld an ganz vielen Dingen. In vielerlei Hinsicht gar nicht so ungerechtfertigt. Mama, do you think they dropped above? Mother, do you think they like this song? Mother, do you think they try to break my balls? Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in the fire alive? Is it just a waste of time? Push now, baby, baby, don't you cry? Mama's gonna make all of your nightmares come true Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here on her wing She won't let you fly, but she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and well Ooh, baby Ooh, baby Ooh, baby Of course Mama's gonna help build the wall Because Father, I love you As if God is in the air But bless you Do you think she's good enough for me? Mother, do you think she's dangerous to me? Mother, will she tear your little boy apart? Mother, will she break my heart? Ooh, oh, mother, will she break my heart? Oh, gosh, now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna take all of your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. You'll always be a baby to me. Mother, did it need to be so high? Whoa, baby. Ooh, baby. Why don't you cry? Tay-O-Hani-Turk Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Boy, baby. Untertitelung des ZDF, 2020